Wir hauen euch aus den Latschen, denn vom Titelfight bis zur internationalen Familiensause ist alles mit dabei. Euer kontrastreiches Sportwochenende in bester Hauptstadtsportmanier präsentiert. Achtung Mädels, doppelt hingeguckt. Die Prachtburschen der Wasserfreunde hüpfen gleich zweimal am Wochenende ins Becken und können in der Halbfinalserie gegen Esslingen das Finale buchen. Mit dem Reisen geht es gleich weiter. Die Rebels sind bei der Expedition Playoff mit dem Schlitten unterwegs. Vor dem Gefährt sollen die Hamburg Huskies gespannt und über den Platz gejagt werden. Die ersten drei Punkte sind gegen den Aufsteiger Pflicht. Und Muridi kann schon mal den Kartoffelsalat fertig machen und die Badesachen einpacken. Beim 19. Internationalen Sportbadpokal der SG Neukölln wird nicht nur fleißig geschwommen, sondern auch gesellig, gegrillt und gefetet. Für Frauen, für echte Kerle und für die ganze Familie, dein Sportwochenende auf deinem Hauptstadtsender so bunt wie ein Pfingstochse klickt rein.